Ja und willkommen zum zehnten Part von Legions of Orana, dem Addon von Dungeon Siege 1. Es hat sich etwas geändert. Mein Hauptcharakter kann jetzt bereits die Heilkugel anwenden. Das ist dieser violette Kreis hier und die zwei blauen da drüben, Lissa und John da, die haben noch über die Eiskugel bei sich. Früher oder später werde ich denen natürlich auch die Heilkugel übergeben. Das ist viel besser als die Eiskugel. Mir viel lieber, dass die Leute und die beschworenen Wesen vorzugeheilt werden. Es ist die, die Heilung ist zwar nicht mächtig, riesig, aber doch es bringt irgendwas. Es bringt schon leicht was. Also und wir können alle inzwischen auch Tiere beschwören. Hat mein Hauptcharakter Killer Kreml und hier die zwei Riesenraten beschwören. Okay. Genau. Dieses Volk der Riesen, die werden wir dann irgendwann mal finden. Ich weiß noch nicht genau, wo das genau ist, aber naja, wir sehen es ja. Also und Optionen, Spiel, Schwierigkeitsgrad. Schwierig. Das letzte Mal ging es ja etwas heiß zu und her. Das war ziemlich knapp, aber naja, trotzdem geschafft. Okay, dann werde ich mal Nudge vorausschicken. Moment hier, dass die ihm nicht nachspringen, sobald Nudge einen Gegner entdeckt. Wenn ich den hier eindrücke, frei angreifen, bedeutet das, dass die Gegner dann oder die Gruppenmitglieder sofort in Richtung Nudge laufen, wenn er erst, wenn Nudge auch da vorne irgendeinen Gegner sieht, fangen die an hier zu spurten. Das will ich nicht im Moment. Vielleicht später geht das, aber im Moment geht es noch nicht gut aus. Also, dann schicke ich Nudge voraus und schalte das Mikro aus und bis nachher wieder. Ja. Ich werde es versuchen. Aber natürlich. Ja. 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 Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Haltet ihr das wirklich für klug? Natürlich. Kein Problem. Keine Sorge. Kein Problem. 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 Das war's für heute. 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 Jawohl! Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 wenn es sein muss aber natürlich ich werde es tun ich werde euch gut beschützen ich wünsche nichts wie ihr wünscht ein guter gedanke ja und hier oben ging es sehr wahrscheinlich weiter in ein neues gebiet aber hier unten war ich noch nicht kurz noch etwas platz machen hier im inventar was hast du noch 2 4 brauche ich nicht brauche ich auch nicht verkauf verkauf das könnte was sein das könnte was sein 16 nein sind bei mir alle besser 10 plus 32 rüstung 42 40 nee ist alle besser weg das könnte was sein und was ist das hier 1 das ist auch weg und hier noch ein gesundheitstrunk ok du hast jetzt hier im inventar das kann man verkaufen das geht weg das geht auch weg das geht auch weg du hast das ist noch zu früh ok 21 bis 35 nun ja die waren jetzt bisher noch kein einzige betäubt daher nehme ich mal den hier 10 prozent chance auf säure 1% plus 10 säureschaden dazu 27 bis 38 bis jetzt und jetzt 30 bis 45 ist besser dann geht das weg das geht auch hier könnt ihr den mal behalten ich weiß nicht ob ich bald auf den nächsten nahkämpfer treffe den wir mit an bord nehmen könnten ich weiß gar nicht mehr wo der auftauchen wird aber ansonsten wenn ich das bis zum nächsten mal nicht keine gefunden haben werde ich das verkaufen ja genau hier waren wir noch nicht hier drüben waren wir ich gehe ich werde es tun keine sorge ich werde es tun haltet ihr das wirklich für klug geht klar wie ihr wünscht wie ihr wünscht ein guter gedanke das ist ihr untergang wer es sein muss wer es sein muss ich kann trotz meiner Größe leise sein ja wie ihr wünscht ich werde es versuchen geht klar dann kommt jawohl wie ihr wünscht auch ihr wünscht Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Es war nur halb so viel wert wie diese, aber ich habe hier die Chance hin einzufrieden. Das probiere ich mal aus, ob das was bringt. Also mit dem Betäuben war bisher nichts. Das war nicht so toll, diese Betäubung. Ich habe also nichts bemerkt, dass hier irgendjemand bewegungsunfähiger gewesen wäre von den Gegnern. Und da drüben geht's gleich weit, wie lang bleibt hier noch eine halbe Minute, dann werden wir gleich wieder Neibe schwören. Riesenrotte und auch hier Riesenrotte. Okay. 1, 2, 3. Ja, mit dieser Heilkugel, das bringt's schon. Die ist schon viel besser als diese Blitz- oder Eiskugel oder wie sie dann auch immer heißen. Und wenn dann nachher alle drei Naturmarke diese Heilkugel haben, dann geht es wirklich recht flott voran. Und ja, hier ist alles gut. Ein Ende Ende und ein Ende Ende. Ja, wohin führt uns dieser Weg? Hier unten habe ich wirklich alles erzogen. Ich glaube nicht, dass ich da was übersehen hätte. Dann geht's hier weiter. Natürlich. Sofort. Haltet ihr das wirklich für klug? Geht klar. Ich erledige. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich gehe. Ein guter Gedanke. Sofort. Natürlich. Ich werde es versuchen. Geht klar. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Wir sind schon zu lange rund hin. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ja. Virtual Lady. Geht klar. Geht klar. Geht klar. Wirft erledigen. Bola. Ja. Ich kann trotzdem in der Größe leise sein. Haltet ihr das wirklich für klug? Haltet ihr das wirklich für klug? Ja. Ich werde es versuchen. Ja. Wenn es sein muss. Aber natürlich. Der Feind ist nah. Der Feind ist. 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 Das braucht der Feind ist. Und dann das fliehen. Aber dann Das war's für heute. 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 Ja, und ich glaube, das ist so eine der verfluchten Waffen hier. Das war's für heute. Ja, ja, und... Ach so, genau, jetzt weiß ich, so mache ich das. Ja, und unsere Tiere, sind die noch da? Killer Kremang ist nicht mehr hier. Ähm, ja. Wir sind schon zu lange untätig. Och, jetzt gibt es hier wieder zwei Wege. Ein guter Gedanke. Oder... Ne, der führt nicht nach unten. Auf jeden Fall geht hier ein Weg nach oben. Haltet ihr das wirklich für klug? Doch, da geht ein nach unten. Aber wohin führt der? Wenn es sein muss. Tja. Ich werde es versuchen. Wie ihr wünscht. Da oben gibt es nichts. Gehen wir kurz hier rüber. Schauen, was da ist. Ob das bloß ein Lager ist, oder ob es hier weiter geht. Bin mal gespannt. Aber natürlich. Aber natürlich. Aber natürlich. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ich habe genug von diesem Ort. Ich werde mein Bestes geben. Schausche. Dann habe ich mal Jaumeилchen. Ich werde mir mit 알고sten, die Geräusche. Hier bin ich leider noch Jon. Gah spam für das playoffs. Gah spam würesen. Nichts wie hin. Ein guter Gedanke. Verlangt euch auf mich. Sie rennen in den Tod. Für mein Volk. Sofort. Haltet ihr das wirklich für klug? Wenn es sein muss. Ich werde es versuchen. Sofort. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich werde es tun. Haltet ihr das wirklich für klug? Ein guter Gedanke Aber natürlich... Ein guter Gedanke! Ein guter Gedanke! Ein guter Gedanke! Ein guter Gedanke! 2 sein muss Geht klar. Ja. Wie ihr wünscht. Wenn es sein muss. Wie ihr wünscht. 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 Ja, diese Umgebung erinnert doch mir sehr stark an die Triaden, die Behausung der Triaden im Dungeon Siege 2, nur dass dort nicht, ja, eher Felsen waren, sondern das waren Bäume und da gab es daraus so verschiedene Stege von einem Baum zum anderen. Okay. Okay. Ich kann trotz meiner Größe leise sein. Keine Sorge. Keine Sorge. Haltet ihr das wirklich für klug? Ein guter Gedanke. Wenn es sein muss. Jawohl. Geht klar. Jawohl. Der Feind ist nah. So, und bevor ich jetzt hier irgendwelche Gespräche beginne, werde ich mal das Spiel abspeichern. Und das nächste Mal geht es dann hier weiter. Also das war Video 10. Ende Video 10. Okay. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann. 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 Bis dann.